Wer hat denn hier das ganze Papier verstreut? Wer hat das... Was? Wer hat gefurzt? Und natürlich, ich hasse die Montage. Wer hat hier, bitteschön, das ganze Papier zerstreut? Stanley ging rund um, beobachtet jedes kleine Ding im Büro, aber es macht keine einzige Unterschiede. Und es hat die Geschichte in irgendeinem Weg gemacht. Und wenn du noch so viel hier rummachst... Er hat's gepiepst. Er hat's gepiepst. Ach, ich hab den ausgemacht. Aha. Von der anderen Seite. Das Telefon, immer noch da. Ich hasse Montage, immer noch da. Eine Tür, noch eine Tür. Ein Fenster, mit einer Tür. Und, bitte. Ja, macht er. Und diesmal... Er probiert alle Türen, wie immer. Wie immer. Wie immer. Er rennt durch den Raum. Hey! Ich hab gesagt, er rennt durch den Raum. Ja, da ist keiner drin, genau. In einer Waffe von Verzweiflung, hat Stanley entschieden, um zu seinem Haus zu Hause zu gehen, hofft er, dass er eine Antwort dort finden könnte. Als er zu einer Staircase kam, hat Stanley zu seinem Haus zu Hause zu Hause zu gehen. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ne, wir gehen erstmal zum Boss. Nein, 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 nein. Wir können das nochmal probieren, aber wir gehen jetzt erstmal zum Boss. Ich will mal wissen, was der Boss zu sagen hat. Ey. Exekutive bathroom? Oh. Okay. Die Tür bleibt auf. Ja, jetzt geht's hinzu. Hey. Der Boss sieht anders aus. Hey, hey. Hey, hey. Das ist ein Bediener. Schogt, unger slate, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this? What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him, Und so hat der Boss ein extra-secretes PIN-nummer gegeben. 2845. Aber natürlich, Stanley nicht wirklich wussten. Yet unglaublich, einfach nur auf die gewünschte Butt-nummer auf der Keypad, Stanley hat sich in den richtigen Code geöffnet. Es ist unglaublich. Er stepped in die newly opened Passageway. Was ist, wenn ich mich jetzt einfach mal hier so locker hinsetze? Oder vielleicht ein bisschen Klavierspiele? Kling, 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 kling. Ich kann es nicht. Hm. Er will mich da durchlocken. Äh. Oh. 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 Okay. Da ist aber eine dunkle Ecke. Und ich kann in die dunkle Ecke gehen. Schade. Oh. Hm. Okay. Wo führt uns das jetzt wieder hin? Hm. Hm. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Hm. So, da bin ich wieder. Das Telefon hat mal kurz geklingelt und es hat nicht aufgehört. Ha, ha. Da musste ich dann mal eben drangehen. Hm, so. Okay, also. Wir sind im Keller. Können wir nicht wieder hoch? Äh, ich bin wieder hoch. Nein. Okay. Wir können nur weitergehen. Hey. Was? Okay. Wir sind aber noch im Keller. Im Aufzug. Da hinten ist irgendwas. Okay. Es ist dunkel. Es ist dunkel. Oh. Aha. 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 Aber. Und? Nicht nur das. Es gibt auch eine Tür, die nennt sich... Escape. Hm. Er will mich da reinlocken. Ich glaube aber... Ich gehe hier rein! Hahaha. Ja und? Ist doch egal. Das macht doch nichts. Das ist nicht schlimm. Das ist ein Aufzugsschacht. Das ist ein Aufzugsschacht. Das ist ein Aufzugsschacht. Ja. Okay. Okay. Wir sterben also wieder. Alles klar. Okay. Gut. Er... So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Oh! 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 Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated, as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Was? Was? Hallo? Was? Who? Uh... Wer? Öh... Oh? Okay... Ende? Oh, Entschuldigung. Oh, Niesen. Ja, was jetzt? Ende? Hm, da sieht es aber anders aus. Ja. Okay. Da ist eine Tür. Und hinter der Tür sieht es anders aus. Okay. Da steht ein Computer. Ha. Oh. Okay, da steht ein Computer. Ah. Ah, Corridor. Ups, the pacing of this opening section was important to get right. This corridor has been moved and altered to make sure the player reached the two doors at a good time. Ah, da sind die zwei Türen. Das heißt, hier hinten, da, das ist Stanley's Büro. Office layout. This blueprint shows the office from the beginning of the game. The path from Stanley's office to the two doors was the first part of the game that was built. Sections have been added and altered throughout development through the core layout remains almost identical to the first iteration. Okay. Stanley's computer. Nature paintings. The set of two open doors was the very first concrete piece of the Stanley Parables design. Once this room was created, the rest of the game emerged as an extension of it. An exploration of the contraction... Moment. Contraction? Contradi... 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 This room posed. Okay. Stanley's, äh... Ja... Nee, das ist nicht Stanleys Büroecke. Filling... Kabinets. Ja, die kennen wir ja auch. Okay. Hm. Warum erinnert mich dieser Raum hier gerade so unheimlich an, äh, 2001? Die Endsequenz? Also, beziehungsweise so Richtung Ende das? Irgendwie, ähm... Hm... Na, falsche Taste. Da geht's noch weiter. Button sounds. A selection of the sounds used throughout the game, when buttons are pressed. Each sound is a mix of keyboard stroke and a synthesized tone. Kann man die drücken? Ja. Ja. Ah, okay. Türen. So Office. Ha. Okay. Es gibt hier mehrere Räume. Office Computers. Hehe. 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 Hey. 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 Die gehen wieder an. Was steht da? Employee Database. Da ist nur Employee 427. Ha. Okay. Die Credits. Hm. Hm. Das. Woah. Screens from the development of the boss office. Hm. Ah. Okay. Das sind nur Entwicklerbilder. Das ist das fertige. Und das andere sind... Sind wohl Entwicklerbilder? Na, ich hoffe es doch. Dass die nicht nachher, äh, äh, tatsächlich existent sind. Die Office Clock, die immer dieselbe Zeit anzeigt. Ähm. Hm. Wo bin ich denn hier? Hm. Ist das das weiße Ende? The Office. Ach du grüne Leune. Ha ha ha. Maintenance Room. An early version of the maintenance room. Okay. Alter. Die Warzone? Hey, da war ich noch nicht. Okay. These are screenshots of the Stanley Parable HD Remix. More endings. Fewer endings. More narrators. Fewer narrators. More Stanley. Less Stanley. Na klar. The point of the Stanley Parable HD Remix is to win. Ja. Ah. Am I going crazy? Maybe it isn't the same image. Was that clock there before? I don't remember. How do I go back? Can you check for me? Welche Uhr? I don't know. The point of the Stanley Parable is to lose. Ja, du sollst gewinnen und zu verlieren. Oh, wow. Greenlight. In September 1220 we submitted the Stanley Parable to Greenlight while the process of approving games for stream. The Greenlight page had only a series of cryptic photos which were still enough to win the community's approval. Yeah. Stimmt. Eh. That... I don't know. I can't. Early in the development we designed an ending where Stanley could end up on a battlefield fighting aliens. The action game would become sentient and would wage war against the narrator. We realized shortly after starting to build it that it was too... but that it was far too chocky and on the nose for the tune of the game. Plus, some people interpreted it as making fun of people who like shooters, which was not our intention. Ah, deswegen haben die das wieder rausgenommen. Aha, okay. Alles klar, die haben das also wieder rausgenommen. Mhm, mhm, mhm. Das gibt es also nur in dem anderen. Äh... From... Dink. Dank. Wow. Congratulations. Congratulations. In line with our previous analysis, we're going to go in promotion. Here is the result in attached file open... Blah. Was? How many annexes? If the server is really going to let me go shopping? I hope it. Well, I have fine selection of the rules, Cameron. How do you type this boxing clothes on with? Uh... Was is das? Narrata emails. After the second trailer we sent out, we asked people to email the narrators for questions. While we had initially planned to use this in further promotional materials, we never found the perfect use for them. Here is a selection of those emails. Here is a selection of those emails. Ach so, okay. Okay. Alles klar. Yeah. Yeah. The office. The launch. An diversion. Ja. Die ist ja auch mittlerweile anders. Ah. The apartment timer. In a previous version of Joyce leading to the apartment ending, a timer would give you 15 seconds to pick up the phone. Not picking up the phone, but lead to a different ending. The cargo lift. The cargo lift was always intended to offer the choice of staying on or jumping to a different path. However, after this early version we decided we also wanted the option of the player falling to the death. Ah. Deswegen. Wir haben ja beide Möglichkeiten gemacht. Alles klar. Das stimmte also. Das kenn ich aber nicht. The cargo lift. The second version is functionally the same as what are in the final game. But we wanted it to look more like a place where cargo was actually installed. Ach so. Okay. Alles klar. Okay. Das sind also nur Vorabversionen. Äh. Oh mein Gott. One option. Ah. 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 Okay. Okay. Stärkes. Ah. 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 Ah, okay. Ah. Ah, okay. Okay. Gut. Dann haben wir das. To Confusion Ending? Was? One door... Moment. The other entrance would be hidden, depending on how you enter it. Was? Das ist doch der Dingsraum. Hä? Das ist doch der Dingsraum hier, der, 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 der... Oder? Moment. The lounge? Hä? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. What about this? Fend. To Confusion Ending. Also das ist die Wahl. Da gibt es auch eine Zwischentür. Ein Zwischengang. Stärke ist... Orway, disorway. Launch. Launch. Hä? Hä? Es gibt hier tatsächlich... Es gibt hier tatsächlich noch einen Eingang. Über die Launch. Ha! 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 Ohly moly, the game is now paused. Escape menu, for a long time we had an ending that only ended, when the player restarted from the escape menu. Unfortunately, very few players realized this was what they were supposed to do, which was frustrating for everyone. Okay. What is this then? Sending model. The sending went through many iterations. This room represents the fourth version of the ending and we thought it was complete but decided to abandon and change it again shortly before launch. Sending. Ich kenne das Sending aber nicht. This screenshot depicts an early version of the ending known as a Sending, which was eventually cut and merged with another part of the game. Das ist doch die Geschichte hier mit den, mit den, ja, mit den, äh, Knöpfen drücken. Sending Levers. This Levers were originally a part of the Sending. The player would pull a lever and the narrator would describe what color levers they had pulled. Okay. Wo komme ich eigentlich her gerade, weiß ich gar nicht. Ah, da komme ich, oh my god, da komme ich wieder raus. Uh, da geht's doch einen Notausgang. Psy. Trailers. Okay. Schauen wir uns mal ein paar Trailer an. Okay. Shit. Titans. Hm. Hm. Okay. Da ist aber jetzt nicht wirklich viel zu hören. Hey, okay. Alles klar. Äh, zu langweilig. Sorry, aber zu langweilig. So, da kommen wir ja her, ne? Ja. Okay. Dann gehen wir hier durch. Also, das erinnert mich wirklich an 2001. The Countdown Room. An early version of the Countdown Room. Wah. Monitor Room Elevator. For a time the elevator in the monitor room could go up and down. With freedom above and Countdown below. We are better abandoned this when players found it too difficult to remember. What was up and what was down. And place the two endings together instead. Ah. So, wo komme ich eigentlich hier? Freedom Ending. This was the very first incarnation of the Freedom Ending in the Games Alpha. Da waren wir schon. Gut. Und hier? Genau. Da waren wir noch nicht. Aha. Oh Gott. Employees. Underground. In early version of the Underground Proof of the Game. Da gehen wir auch noch rein. Da gehen wir noch rein. Das fehlt uns nämlich noch. Ich rüber rede das jetzt einfach mal. The voice of the narrator recorded dialogue for the entire game roughly three separate times over the two years of development. These are clips from early takes that were not used in the final game. Perfect example of four level design. Textbook mistake. It's the kind of thing you pick up on intuitively if you have even the most fundamental understanding of good and bad game design. But of course you will be healed. You'll probably spend the next hour trying to see it. Yeah. Just gonna make this evening. Okay. Ganz ehrlich, ich will mir die jetzt nicht alle anhören. Das ist nett, aber ich will mir die nicht alle anhören. Nein, 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 nein. Okay. 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 Countdown desk. Oops. One of the desks from an early version of the countdown ending. Ja. Ich habe ehrlich gesagt noch gar kein Countdown ending gesehen. Das soll ja das sein. Hm. Ach du grüne Neune. Ey, was ist denn das alles hier? Da war ja ein Exit, ne? Hier. Okay, 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 okay. Da ist ein Exit. Und da werden wir rausgehen. Das ist dann, ja, alles klar. Game design mock-up. Game design mock-up. This is the level that William, the level designer, sent Davy, the writer, as a kind of audience piece. The strength of this level got William hurried to design the full game through. Much of the environment has changed. The basic layout from this mock-up is still in the game. Das ist richtig. Aha. Hier sind wir wieder. Okay. Okay. Verschiedene Versionen von Stanley's Raum. Stanley's Office. From the left to the right. The evolution of Stanley's Office over time. The first was created in November 2011. The second in March 2012. And the third in February 2013. Wobei das hier von... Also das ist ziemlich easy. Das hier ist ja schon nicht schlecht. Und das ist also das Endgültige. Okay. Ah, da hat er nämlich auch einen zweiten Computer. Genau. So wie es eigentlich auch beschrieben war. Er hat zwei Computer. Einer zeigt ihm an, was er machen soll. Und dem anderen macht das. Und hier hat er nur noch einen Computer. Und dieser eine Computer zeigt ihm das an. Und er macht es. Ah, okay. So. Wir sind durch. Das heißt, wir gehen in den Exit. Oh, wow. Kann man ja nicht drücken. Ne. Wirklich. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Warum steht hier auch Exit? Das ist lustig. Es gibt dieses Exit. Und es gibt dieses Exit. Okay. Hier ist ein Knopf. Und? Can you see? Can you see how much they need one another? Nee. No. Perhaps not. Genau. Sometimes these things cannot be seen. Sind wir wieder am Anfang. And listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now. It'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time choose... O.O.O O.O 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 O banthор OK. Vielen Dank.